Achso, okay. Sorry. Sorry, sorry, sorry. So, wo laufen sie denn? Okay, unser Reinigungspersonal läuft ja auch hin und her. Ich kann ja auch vorsichtshalber einen einstellen, der nur, nur für dort unten, die arme Socke. Oder damit du überhaupt mal ein bisschen Chaoslicht hast. So. Das ist der oberste Park. Das ist immer schön. Das ist eine schöne Auszeichnung. So, ich muss da unten, also irgendeine Bahn muss ich bauen. Ich muss da unten, muss da unten bauen. Ja, da unter der Erde, das ist ja auch ein bisschen... Also, stell mal vor, ich würde die hier unter der Erde bauen. Geht hier gar nicht. So. Aber... So was auch nicht. Aber hier. So. Wenn ich jetzt bin ... 2.800. Und das? 3.000. Warum ist die so teuer? Mie schief. Ja, ja, haha, ja, Mie schief, ja. Ok, aber, ähm, ne? In dieser untere Erde sieht das alles ein bisschen anders aus. Ich will ja die hier hochkommen lassen und dann... Ja, und dann... Was baue ich denn da hin? So kleine Fleckchen hier. So ein bisschen... Ach, geht wieder nicht. Das gehört uns nicht. Die können wir nicht verkleiden. Also ist das schon mal witzlos. So. Ja, ja, Flussfahrt unter Wasser. Jo. Hm. Ach, wir sind schon... Im Jahr 2 sind sie. Im Jahr 2 sind wir schon. Ich glaube, wir werden am Geldproblem scheitern diesmal. Weil ich weiß nicht, wie ich Geld rein kriegen soll. So. Und nun zeig. Ja, das ist ja wichtig, dass du das zeigst. Tja. Wie viel sind die das? Kann ich denn die über der Straße bauen oder nicht? Ich... Und das ist ja eigentlich... Das ist ja unseres. Testen. 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 Kann ich denn ein Weg… welchen Weg bauen kann. Komm lass mich gucken. Aber die Bäume gehen natürlich nicht weg. Und wenigstens kann ich auch nicht klauen. Oh siehst du. Oh siehst du nichts. Hier siehst du nicht. Und dann nimmst du auch noch nichts. Nein du sollst da anfangen. Nein du sollst da anfangen. Und da rennen die schon wieder mit hinterher, da kann ich erhöhen. Und da kann ich auch noch nicht aufhalten, und da kann ich auch noch nicht aufhalten. wo geht diesmal bitte von dem weg nicht dass er noch ersauft ist noch mal kein scheiß wo läuft sehen jetzt ins wasser fest ist er schuld immer noch es ist ja immer erst mal nur noch ein test also muss ich weiter hinten anfangen da muss ich anfangen damit ich höher komme nicht 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 Um, yum, 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 yum. Aha. Wieder, wieder bei meinem Weg, da ist ein Baum und da ist ein Baum. Baum, ja. Da ist das drin. Da ist er auch kein Baum. Da soll das sein. Da ist ein Baum. Da ist er. Da ist er. So viel kann ich jetzt hier eine Bahn bauen oder so. In der Höhe, ey. Scheiß. Gucken was ich machen kann. Irgendwas komisches muss ich bauen. Ja. 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 Ich muss ja auch wieder rankommen. Tja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich bin etwas am verzweifeln. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber unsere Erde wird ja teuer. her Aber wie komme ich da hin, um da irgendwas zu bauen? Das kleine blöde Stückchen da, weiß nicht, was das soll. Tja, diese Stille. Tja, diese Stille. Tja, was ist das? Was soll ich denn da machen? Das ist doch nur unter der Erde. Was nützt mir das denn? Oder ich kann ja nicht über der Erde was bauen, da kann ich ja gar nicht kaufen. So, dann kaufen wir die erstmal. Und wenn ich da überall nur eine, überall nur eine Attraktion hingebaut habe. Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen?